Ich hab' mich gehockt Oh mein Gott, ich bin ne Legende, heils Maul! Oh mein Gott, wie schlecht sind die bitte! Ich weine, Alter, wie schlecht! Ich hab' den Draven an mir, try it hier unten, Alter! Guck'n, der Draven! Sunfire, Nautilus! Ach, come on, Alter! Ist das dumm, Alter! Der Draven richtig auf Steroide, Alter! Haut da seine 5000 RPM Axtwürfe in die Fresse! Und es bringt einfach nix, Alter! Nautilus redet einfach drauf! Hä? Was war denn, was war denn das? What? What? Bro, ich steh' hier! Der hoogt hier hin! Ich werd' gehoogt! Was? Alter, was war das bitte für ein Bullshit-Hook? Ohne Scheiß, ich glaub' ich hab' noch nie so'n Bullshit- Boah, was war das denn? Holy shit, was war'n das für'n Sound, Alter! Alter! Alter, was steht, der ist'n Troll, der Typ, halt! Und der geht auch nicht weg, Alter! Oh, Gott! Loow! Loow, 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 loow! Ich kill' ihn nicht, Alter! Ich kill' ihn nicht, Alter! Was ist denn mit, äh, Dings zum Beispiel? Hm... Okay, was war das denn? Hä, habt ihr's gesehen, Chat? Habt ihr's hier gesehen? Mach mal in einen Clip! What the fuck? Riot! Gute Arbeit, Jungs! Hä? Wat? Wat?! What?! Warum? Hä? Warte mal, seit wann geht das Ignite auch auf die Copy? Also bei... Also... Guckt euch das an, Bro. Ich hab 3000 Leben, Chat. 3000. Der macht mir mit Item-Effekt 900 Damage. 900 Damage durch Nashers Tooth hab ich gerade bekommen. Der ist mittler in der Luft schon nicht. Ja, so kommt runter, Alter. Mach doch einfach die UL. Machst du nicht direkt die UL, du hättest... Hättest nichts gemacht. Oh, Araki? Oh, Araki, Alter. Erste Mal in seinem Leben, dass er mal einen Play gemacht hat, Alter. Holy Shit, ey. Muss ich aber auch sagen, ey. Gar nicht so bad, ey. Könnte ich eigentlich kommen sehen. Ich profitiere von Healing und Shielding. Oh, mein Gott. Oh Gott, Alter. Alter, nächstes Mal, wenn ich gegen Piana spiele, spiele ich immer nur Ritter. Ist das so geil, sorry. Der Ritter von Familien-Era, Alter, bin ich raus. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Ah, sie ist geflasht! Ich kann mich irgendwann bewegen. Oh mein Gott, ich bin so ein Biest, Alter. Halt's Maul, bin ich eine Legende. Halt's fucking Maul, bin ich eine fucking Legende in diesem Spiel. Holy Shit, Alter. Jetzt geht... Let's go Baron, Alter. Prost. Ich bin einfach... Schlosser, Schlosser. Komm mal ruhig, Araki. Hier, Darius. Boah, Junge, den Teamfight, Alter. Bro, ey, wenn ich im Zentrum manchmal Mädelsgruppen sehe, wie die aussehen, Alter. Junge. Einfach, als wären die aus einem Ei. Wirklich. Als hätte man die einfach aus so einer Form gegossen. Alle gleich... Alle gleiche Frisur, alle gleiche Klamotten an. Einfach nur nice, Alter. Wirklich. Da frage ich mich immer, wie kommen die Jungs da eigentlich nicht durcheinander? Alter, wenn die mit ihren Kollegen rumlaufen und alle haben ihre Freundin dabei, verwechseln die sich nicht manchmal? Geht der eine da nicht auf einmal aus Versehen mit der anderen nach Hause und denkt sich so, hä? Was ist denn jetzt passiert? Warum hab ich jetzt hier die Chantal am Arm? Ich bin doch eigentlich mit der Laura zusammen. Safe, oder? Hundertprozentig, Alter. Bei Platin hab ich eher so das Gefühl, oh, da ist ein Geldner. Ich hau mal meinen Kopf voll fest in ihn rein und dann mach ich richtig viel Damage. Und vielleicht überlebe ich, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Alter, das ist der klassische Platin-Spieler, Alter. Ah, der ist ein Champion. Ich hau mal drauf. Oh, ich hab gewonnen. Oh, scheiße. Der war stärker als ich. Schade. Das ist halt eins zu eins fucking Platin-Elo, Alter. Genau so. Da wird nicht nachgedacht, ob man irgendwie fighten kann. Nee, Gegner-Fight. Ja, Eiders wär halt mal was, ne? Eiders müsste ich halt bekommen. Das wird halt mein Board einfach astron-mäßig in die Höhe ballern, ne? Ancient Archive. Kann da Schimmerscale drin sein? Kann drin sein, ja. Komm schon, Alter. Komm schon. Komm schon. So, komm schon. Mal scale. Marvin? Komm wieder, wirklich? Ich hab Party-Time. Oh mein Gott. Ich hab einfach Party-Time bekommen. So, jetzt machen wir noch das hier. Ja! Let's go, boys! Let's fucking go, Alter! Ah, ich hab keine... Ah! Alter! Momo! Hi. Momo hat einfach getrollt, Alter. Just forgot. Fuck you, Morddog. Hahaha! Hahaha! Der Typ ist disconnected, ist dann extra nochmal reconnected und hat geschrieben, fuck you, Morddog. Hahaha! Geil! Fühl ich, Alter! Fühl ich komplett den Typ, ey! Hahaha! Wie das aussieht, Alter! Eiders Full-AP, einfach tot! Einfach tot, Alter! Und der nächste, tschüss! Braum! Einfach auch tot, instant! Full-AP! Damage-Graph! Einfach zwei Millionen Damage! Ist das dumm, Alter! Bruder! Ja, easy game, Marvin! Nie, nie war's knapp, Alter! Gar kein Problem! Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Ah, die Haupttür ist da, wo das Sofa vorsteht, oder? Oh! 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 too V . Was. Oh! Oh mein Gott! Fuck, Alter! Ah, fuck me, Alter. Oh. Oh. Ah. Gibt's jetzt Jumpscare? Gott save. Ah. 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 Fuck me. Ah. Fuck, Alter. Ah. Ah. Fick mein Leben, Alter. Ah. Scheiße, ey. Gott. Hi, mein Name ist Johnny. Aber ich denke, Dad hat das verbrochen. Was? Oh mein Gott, ne. Heils Maul, Alter. Heils fucking Maul, Alter. Das kann doch nicht so simpel gewesen sein, oder? Ja, scheiße, ne, Bruder. Hat mich schon drauf vorbereitet. Dass du mit deiner hässlichen Fresse wieder hier an mich rein rennst. Heilsbasis. Abonniert Road, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020